Der S&P 500 kraxelt langsam immer ein Stückchen weiter. Die Aktienmärkte aktuell extrem bullisch, angetrieben vor allem von weiter billigem Geld. Jetzt nicht nur von der FED, sondern China dreht die Geld oder den Geldhahn immer weiter auf. Die Frage, die sich jetzt in den Raum stellt, ist die größere Gefahr vielleicht gar nicht eine Rezession in den USA, sondern eine in China. Sie setzen jedenfalls alles auf eine Karte, was daran gut und schlecht ist und warum ich trotzdem bullisch bin. Das finden wir jetzt heraus. Natürlich auch ein Update zu Bitcoin und Krypto. Deswegen zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Update. Hi, mein Name ist Mirko und ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Heute mal das doppelte Lottchen, denn ich bin auf dem Krypto-Kanal heute gewesen und jetzt auch hier. Und ich freue mich auf den Wochenabschluss mit euch. Wichtige Info vorab, ich bin in der kommenden Woche im Urlaub, das heißt nächste Woche fällt das Ganze auf jeden Fall mal aus. Ich melde mich aber dann am 11. Oktober zurück und ich glaube, bis dahin bekommen wir viele spannende Daten, die wir uns jetzt schon mal anschauen und was die dann vielleicht bedeuten könnten. Aber erstmal der Blick auf die Märkte und da sehen wir Tesla stark mit 7% hier im Plus. Wir haben ansonsten Meta, die hatten ja ein bisschen was Neues vorgestellt. Waren ein paar coole Sachen dabei ehrlicherweise, aber auch noch viel in Arbeit. Ob das jetzt hier den Impuls gegeben hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. AMD ansonsten das ganze Thema AI mit Nvidia hier 4,7%. Weiter ein Thema in dieser Woche. Ich kann mir trotzdem durchaus vorstellen, dass es hier Gewinnmitnahmen geben wird. Und insgesamt gibt es ja wirklich ein paar krasse Gewinner. Supermicron war ja auch ein Thema. Da geht es auf jeden Fall mal in eine Richtung. Und vor allem in eine gute Richtung geht es für den DAX. Super und das, obwohl wir in einer Rezession sind. Hm, wie schafft man das? Indem die Aktienmärkte einfach gar nicht die Realität einpreisen, sondern die Zukunft. Und die könnte ja rosig sein, denn wir sind ja schon in einer schlechten Wirtschaftsphase. Wir sehen die aktuellen Wirtschaftsdaten in Deutschland. Rezession ist da. Nullwachstum haben wir eigentlich eh schon die ganze Zeit. Trotzdem der DAX super im Plus. Und vor allem auch die Automobilhersteller. Hier, BMW 10%, VW fast 7%, Daimler 8,2%, Porsche 13%. Das ist doch alles fantastisch. Bedanken können wir uns aber hier, meiner Ansicht nach, beim Geldhahn, den die Chinesen aufgedreht haben. Und wir wissen, dass der chinesische Markt für die deutschen Automobilhersteller attraktiv und wichtig ist. Und deswegen sehen wir hier auch diese starken Bewegungen. Wenn ihr einen anderen Grund findet oder denkt oder habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Würde ich mich natürlich auch für interessieren. Das ist mal meine persönliche Anekdote dazu. Ansonsten rüber in den Kryptosektor. Bitcoin 3,6% im Plus. Über der wichtigen Marke von 65.000 US-Dollar. Warum die so wichtig ist, schauen wir uns jetzt gleich im Chartbild an. Ansonsten nochmal kleiner Blick in die Altcoins. Die schlechte Nachricht. Dogecoin ist 16% im Plus. Warum ist das die schlechte Nachricht? Wenn die Memes anfangen zu performen, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Jetzt muss man aber auch sagen, ist dieser Zyklus ein Meme-Zyklus. Ist noch nicht so mega schlimm vielleicht. Aber ein Warnsignal ist es allemal. Denn auch Shiba Inu mit 38% sind halt hier die Gewinner. Ansonsten Near Protocol. Wir haben andere Layer-1-Protokolle noch stark. Wir haben Polkadot von den Toten auferweckt. Insgesamt also starke Bewegungen auch im Altcoins-Sektor. Und zeigt hier auch diesen Shift weg. Oder beziehungsweise eben von oben nach unten. Mehr ins Risiko rein. Angetrieben durch die Zinssenkung in den USA. Angetrieben durch billiges Geld und höhe Risiko-Affinität von den Anlegern in den Märkten. Trotzdem, Bitcoin ist relevant. Vor allem auch für institutionelle Investoren. Deswegen schauen wir uns vor allem diesen Coin gesondert an. Und da sehen wir im Chartbild aktuell eine interessante Struktur. Nämlich den Durchbruch von der 65.000 US-Dollar-Marke. Die ja hier Ende August noch eine Hürde war. Und jetzt so ein bisschen die Tore nach oben offen lässt. Aber, ich sage großes Aber. Wir zoomen nämlich jetzt mal ran. Denn ihr seht, dass diese Kerzen, die doch immer länger werden. Hohe Volatilität gerade. Also hoch in Anführungsstrichen. Aber Volatilität in den 4-Stunden-Kerzen. Wir sind auf einem gemütlichen Polster zur 200er EMA. Gar keine Frage. Wir müssen aber diese 65.000 US-Dollar hier erstmal beweisen. Übers Wochenende. Und vor allem auch dann hoch vielleicht mal auf eine 67.000 US-Dollar. Sich wirklich von der Marke distanzieren. Gelingt das nicht? Könnte das hier nochmal ein stärkerer Widerstand werden? Und wir sehen nochmal eine Korrektur hier unten in den 62.000er-Bereich rein. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich hoffe, dass wir das zum Wochenende halten. Und auch nächste Woche mit positiven Daten vielleicht weiter uns im Zweifel nach oben bewegen. Eine Korrektur wäre auch nicht verkehrt. Aber ich bräuchte es jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir sehen beim Bitcoin-ETF ansonsten ordentlich Zuwächse. Wir hatten gestern 365 Millionen Zuwachs. Zuflüsse auch hier in den letzten Tagen insgesamt ordentliches Plus. Hier geht ein bullisches Momentum rein. Und sogar beim Ethereum-ETF. Ihr wisst, totgeglaubte leben länger. Yes! Let's go! Da gab es mal Zuflüsse. Gestern war wieder tote Hose. Aber zumindest mal Lebenszeichen. Und zeigt auch zaghaft, dass so ein bisschen das Sentiment eben in noch mehr Risiko reingeht. Aber auch nur ein bisschen. Denn noch ist das alles, was wir hier gerade erleben, zartes Pflänzchen am Markt. Und wir gucken von Woche zu Woche, von Datensatz zu Datensatz, um uns davon zu überzeugen, endgültig, das wird ein Soft Lending. Und wenn das so ist, dann wird es erstmal weiter hochgehen. Alles weitere und wichtige zum Thema Krypto findet ihr auf Bitcoin2go, meinem YouTube-Kanal zum Thema Bitcoin und Krypto, wie der Name schon sagt. Gibt es aber auch eine Website zu, bitcoin-2go.de. Und dort, ganz wichtig für die Analytiker unter euch, wir haben da alle regelmäßigen, wichtigen News. Es gibt auch ein Newsletter, wenn ihr mögt. Aber vor allem gibt es auch Prognosen, Analysen von unseren Analysten, die euch zeigen, wo die Reise denn bei welchem Coin hingehen könnte und was gerade am Markt spannend ist. Ich finde besonders spannend den S&P, deswegen gucken wir uns den jetzt auch an. Hoch, sage ich jetzt mal. Rekordhoch, Rekordhoch, Rekordhoch. Ihr seht hier, wir sind hier immer mal ein kleines Stück, immer mal wieder auf ein neues Rekordhoch gekraxelt. Es ist aber ein zaghafter Aufstieg. Und ich sehe es ähnlich wie bei Bitcoin gerade. Sehr ähnliches Bild. Wie so ein Bergsteiger, der so langsam Stück für Stück sich nach oben kämpft, aber auf ganz glattem Eis noch unterwegs ist. Und da kann man auch mal abrutschen. Und dann kann es vielleicht erst mal nochmal einen Schub nach unten geben. Das kann aus vielerlei Gründen passieren. Korrektur, gesunde Korrektur, irgendeine schlechte Nachricht oder einfach Gewinnmitnahmen. Für mich trotzdem das gleiche Narrativ. Im Zweifel geht es hier nach oben, denn es gibt keinen Grund, jetzt pessimistisch zu sein, beziehungsweise Stand jetzt Gegenwart sind die Zahlen, Daten und Fakten ja in Ordnung. Das sehen wir gleich auch mit den wichtigen Makrodaten, die es heute noch gab. Deswegen erst das Video um diese Zeit, nämlich die Inflationsdaten oder PCI-Indikatoren in den USA. Und dann haben wir noch einen ganz anderen Player und das hatte ich im Intro ja gerade auch erwähnt. China. Da ist der Bergsteiger in eine Rakete gestiegen und puh, direkt oben durchgeschossen. 20% ist der Shanghai Composite Index hochgezischt. Das ist der größte Zuwachs. Oder waren es, nee, 20%, nee, hier sind 10. Ich habe es gerade durcheinander geworfen mit dem Shenzhen Index. Ist aber auch wurscht. Es ist der größte Anstieg seit 2008 auf Wochenbasis. Das ist wirklich krass. Und ihr seht es hier eben auch an der Kerze. Das ist eine God Candle. Und warum passiert das? Es wird mega viel Geld in den Markt gepumpt. Hier steht 140 Milliarden. Zudem kommt noch ein Rate Cut. Also die Zinsen, der Zinsschritt in China geht auch deutlich nach unten. Immer weiter, immer weiter. Und man merkt, China setzt alles auf eine Karte. Nämlich auf Teufel komm raus, Wachstum zu generieren. China hat ein Riesenproblem. Wenn wir uns das mal im Detail anschauen, dann sehen wir auch, dass der Kobay-Siletter hier ein bisschen Sorgenfalten bekommt. Und das auch zu Recht. Und ich habe euch auch in den letzten Monaten hier auf dem Kanal gesagt, China wird erstmal etwas vorleben. Und China ist in diesem Moment, wie auch Europa, wo man eher in einem Rezessionskonstrukt ist. Obwohl es Wachstum gibt. Es stagniert nämlich. Und das ist ein Problem. Und wenn wir uns hier die Daten mal genau anschauen, dann sehen wir zum Beispiel vor allem auch der Real Estate Sektor, der massiv gepusht wird. Das ist seit Mai 2021 eine einzige Reise. Nämlich nach unten. Da passiert nichts. Da ist tote Hose. Und das ist ein Problem. China pumpt weiter Geld. Verkauft auch amerikanische Staatsanleihen am Fließband, um sich hier irgendwo Geld zusammenzusammeln, um das weiter in die Märkte reinzupumpen. Und mit Märkte meine ich wirklich. Zu den Konsumenten, zu den Banken, zu den Stockmarkets, Zinsen runter und, und, und. Also wirklich, das ist hier ein Niveau, Leute. Wie? Also hört sich erstmal an. Niveau hier auf dem Kanal ist natürlich super. Wenn euch das übrigens hier gefällt, liken, interagieren, kommentieren. Mindestens sieben Kommentare soll helfen. Sieben Wunder, sieben Weltwunder gibt es ja. Und sieben ist eine magische Zahl. Deswegen tut mir da den Gefallen. Dann freue ich mich. Und jetzt komme ich hierhin zurück. Zu China. Und eben diesem spannenden Moment, wo wir jetzt gerade sind. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Deflation ist auch da real. Und was bedeutet Deflation eigentlich? Deflation heißt, die Leute halten Konsum zurück. Sie investieren nicht. Und China ballert aber weiter drauf, wie, und jetzt kriege ich die Kurve zu meinem Ausflug gerade, wie zu Zeiten der Pandemie. Was haben wir denn daraus gelernt eigentlich? Offensichtlich nicht viel. Denn was war die Konsequenz dieses absolut fetten Stimuluspaket weltweit als Antwort auf die Pandemie damals? Inflation. Klar, jetzt haben wir Deflation. Das will man ja wegkriegen. Aber die Inflation will man ja auch nicht. Naja, im Zweifel für Wachstum. Hier ist nochmal eine Erklärung zur Deflation. Was ich dann noch spannend finde, ist auch die Arbeitslosenzahlen. Die steigen auch in China. Das ist auch nicht gut. Und ihr seht eben, insgesamt geht es der Wirtschaft nicht so toll. Und deswegen, diese Maßnahmen, die jetzt hier nochmal zusammengefasst sind, Reserve Cuts, 0,5%. Ach, ich brauche es gar nicht mehr sagen. Kohle raus, Abfahrt, ja. Da werden Geldsäcke durch die Gegend geworfen. Keine Reißsäcke, die umfallen. Hat auch mehr Relevanz, meiner Meinung nach. Jetzt können wir schlecht den Witz vom Bitcoin2go-Channel nochmal hier hinzuholen. Aber vielleicht wirkt der bei euch. Keine Ahnung. Dan Crypto Trades. Ein bisschen zum Schämen ist er auch. Dan Crypto Trades hat hier nochmal auch einen spannenden Chart gezeigt zum Thema Gold. Denn wir sollten eine Sache ja nicht vergessen. Wir gucken uns gleich auch viele bullische Sachen an. Und es ist im Moment auch ein guter Markt. Aber die Ängste sind trotzdem nicht vom Tisch. China ist jetzt ein großer Faktor, der wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerät. Japan dürft ihr auch nicht vergessen. Ich komme gleich auch nochmal auf US-Indikatoren. Und die Antwort darauf ist natürlich, dass ein Asset wie Gold raketenmäßig zulegt 2020. Von 2000 Dollar hoch auf 2700. Das ist schon ein richtig fettes Statement für so ein lahmes Asset in Anführungsstrichen. Für ein Asset, was vor allem dafür steht, eben ein Rezessions-Hedge zu sein. Ein Inflations-Hedge und eben eine Absicherung gegen schlechte Zeiten. Und ich glaube, hier sind die Trader und Händler gerade eben zweierlei mäßig unterwegs. Viel Kohle ist auf dem Markt. Viel ist dann auch an deiner Seite. Da sagt man sich, okay, ein bisschen Risiko absichern hier. Mit Anleihen geht es jetzt ja auch nicht mehr so gut. Die Renditen gehen runter. Dann muss ich aber eben auch trotzdem ein bisschen in den Risk-Bereich rein und Aktien auch nicht ganz verprellen. Die Wald liegt in der Mitte. Aber das Gold so stark steigt und auch Silber und Edelmetalle allgemein, das ist schon nicht irrelevant. Sagen wir mal so. Ansonsten die Märkte heute, der S&P weiter sehr zäh. Und ich habe es euch auch in der letzten Woche gesagt. Wie vermutet bewegt sich der Markt eben erstmal mit vorsichtigen Bewegungen nach oben. Wie gesagt, das Bergsteigerbild ist da vielleicht ganz passend. Der DAX ein bisschen was von den Gewinnen abgegeben, aber auf dem Weg Richtung 20.000. Jetzt mit 19.440 auch stark unterwegs. Und alle bekommen gerade diesen chinesischen Rückenwind. Der will in den USA nicht ganz ankommen, weil hier auch nicht ganz zu Unrecht ein paar Sorgenfallen eben auf der Stirn verbleiben. Und man hier andere Faktoren erstmal als wichtiger erachtet. Wir sehen ansonsten die Staatsanleihen, die 10-Jährigen. Die zeige ich ja regelmäßig, um hier so ein bisschen die Zinskurve auch mitzunehmen. Sind leicht jetzt runter tendiert mit den Zahlen, die wir gerade bekommen haben. Die wir uns gleich auch angucken werden. Und laufen damit wieder ein bisschen weiter runter, was auch normal ist. Denn die Zinserwartungen gehen aktuell tendenziell eher so, dass es schneller nach unten geht. Aber schnell nach unten bleibt eben auch ein Risiko. This week, was war diese Woche wichtig? Jean-Paul hat gesprochen, hat uns nichts Tolles erzählt. Beziehungsweise ja, bestimmt. Aber hat er auch genug gelabert letzte Woche. Ich sowieso auch. Aber ich bin noch nicht fertig. Die PCI-Daten sind rausgekommen. Die waren leicht über den Erwartungen, was die Gesamtinflation beziehungsweise diesen PCI-Indikator angeht. In der Kernrate ist man aber nicht ganz so positiv. Auf Monatsbasis wiederum ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Zahlen sind minimal besser vielleicht als erwartet. Aber auch nicht pompös geil. Desinflation ist aber auf jeden Fall weiter da. Und das ist erstmal gut. Was sonst auch passiert, gebe ich im Ausblick gleich zum Besten. Der wird auf jeden Fall auch nochmal spannend und wichtig. Auch weil ich eine Woche nicht da bin. Und ich hatte ja gerade das Thema Inflation noch aufgeworfen. Und zu jeder guten Geschichte gehören zwei Seiten. Oder mehrere Perspektiven. Und die andere zeige ich euch ja jetzt. Stimulus, Geld, Bullish, geil. Ich bin auf jeden Fall weiter optimistisch. So viel kann ich vor dem Ausblick verraten. Aber Gefahr ist trotzdem da. Und guckt euch mal an, wie ähnlich die Inflationsrate sich entwickelt zu den 70er Jahren, wo wir die große Inflationskrise hatten, die ja dann auch in 1974 zurückgelaufen ist, um dann nochmal richtig anzuziehen. Ja, das ist auch ein langer Horizont. Wir haben jetzt, glaube ich, auch ganz klar gesehen, wie langsam eine Inflation sich eigentlich bewegt. Es sei denn, es passiert eben sowas außerordentlich Krasses wie die Pandemie und die Geldschwämme, die dort passiert ist. Aber es bewegt sich trotzdem sehr, sehr zäh. Und es ist nicht ausgeschlossen. Und das ist, wie gesagt, weiterhin das schlechtmöglichste Szenario, dass das irgendwann wieder hochdreht. Und wenn wir uns mal angucken, wo wir jetzt sind, 1975 so ungefähr, da haben wir noch ein Jahr gehabt, da ging es auch noch desinflationär weiter, um dann nochmal richtig aufzudrehen. Denn jetzt läuft man eben die Gefahr, wenn die Geldschwämme so massiv läuft wie in China, wenn das jetzt zum Beispiel auch in den USA viel zu schnell weiter runter geht, viel zu schnell die Impulse für mehr Konsum und Investitionen wieder gesetzt werden, dann werden wir zwar einen bullischen Markt erleben, aber das böse Ende bleibt dann eben die Inflation. Und das wird die FED stark im Auge behalten. Und ich kann nur hoffen, dass sie da auch einen klaren Kurs weiter verfolgen wird. Denn das ist für mich das Allerwichtigste. Eine Rezession, die wird verschwinden. Eine Inflation, die braucht viel, viel länger, um wirklich wegzugehen. Und da ist irgendwann auch der FED, sind da die Hände gebunden. Wir haben es ja jetzt gesehen, dass das lange dauert. So, viel gequatscht zum Thema Inflation und Zinsthematik. Aktuell rechnet der Markt mit 54% tatsächlich nochmal mit 50 Basispunkten. Dann im November ist zugegebenermaßen noch ein bisschen Zeit, deswegen brauchen wir die Zahlen jetzt noch gar nicht für vollnehmen. Aber es ist schon erstaunlich, wenn man sieht, dass wir hier dann bei 300 BPS bis 325 schon im Juni nächsten Jahres stehen sollen. Das wäre übrigens der Zeitpunkt, an dem man nicht mehr so restriktiv ist, wie man das so schön sagt. Da ist die Geldpolitik nicht mehr restriktiv und eher expansiv. Ich kann mir aber vorstellen, wenn Zahlen schlecht sind, wird das wesentlich schneller gehen und dann auch diese Gefahr, dass Inflation schnell zurückkommt, nicht ausgeschlossen. Aber nicht vergessen, das sind mögliche Szenarien. Stand jetzt sind die Daten gut. Die Inflation ist in Ordnung. Die Wirtschaftsdaten sind in Ordnung. Nichts brennt und alles, was an Daten kommt, die nicht außerordentlich schlecht sind und weniger schlecht als erwartet oder gar gut, dann geht es uns gut. Und dann läuft so eine Rallye auch erstmal weiter. Deswegen aber auch zaghaft. Ein Thema, was viele vergessen, wollte ich aber auch nochmal erwähnt haben, zeige ich ab und zu mal. Die Unrealized Losses der Banken, nämlich diejenigen, die ja ganz viele Staatsanleihen einlegen, macht ja auch Sinn in der Hochzinsphase. Und da hatten wir auch schon die ganzen Rettungspakete von der FED. Denn das Problem ist, wenn die Zinsen sinken, dann sinken auch die Kurse der Anleihen, weil ja die Renditen liegen runter. Und das ist ganz schlecht, denn dann sitzt man auf vielen unrealisierten Verlusten und die Bankhäuser sitzen da immer noch drauf. Jetzt ist es natürlich kein Problem, wenn keiner das auslösen muss. Ich gehe mal davon aus, da wird auch nichts passieren, aber trotzdem wollen wir uns natürlich daran erinnern, dass Mahnmal Bank ist seit 2007 eigentlich immer mal ein Thema. Ansonsten auch interessant der Chart hier von Game of Trades, nämlich die Leading Economic Indicators. Da gibt es ja verschiedene Indikatoren, die man zusammenwürfelt. Unter anderem ist natürlich die Unemployment Rate hier ein Thema, also die Arbeitslosendaten und, und, und. Und die sind insgesamt nicht so positiv. Und dieser Conference Board Leading Economic Indicator, oder die Indicators, die sind auf einem absteigenden Ast. Und das war immer der Fall hier in dem Grauen Kasten vor einer Rezession. Jetzt muss man dazu sagen, wurde die meist ausgelöst durch irgendeine Art von Schock. Jetzt frage ich euch da draußen, ist das alles normal und wir brauchen uns keine Sorgen machen? Dann ist egal. Aber wenn ihr denkt, es kommt anders und es kommt vielleicht nochmal zu einer Rezession oder zu einer schwierigen Phase, was wäre eurer Meinung nach der Schock? Schreibt es mir auch auf jeden Fall mal in die Kommentare. Da bin ich auf den Austausch mit euch auf jeden Fall gespannt. Ich sage, einfach Rezession ein bisschen, ist doch gut und bis dahin Bullrun und dann sammeln wir alle billig auf und machen noch mehr Kohle mit Aktien und Krypto. Ist doch geil. Das wäre doch Best-Case-Szenario. Und übrigens, wenn man sich mal die aktuellen Statistiken anguckt in den USA, was die Konsumenten angeht, hier glauben die meisten, beziehungsweise die sind nicht so optimistisch, die meisten glauben jetzt nicht mehr so positiv. Und das ist auch ein Rezessionsindikator. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, die Konsumenten sind nicht der Leading Indicator, aber die sind natürlich letztlich die Leute, die den ganzen Kram, die die ganzen Unternehmen produzieren, auch irgendwie kaufen. Die kaufen zwar keine Chips von Nvidia, es sei denn, die sind Gamern und wollen die geilste Scheiße bei sich im Computer, aber die kaufen ja keine AI-Chips mit tausend unendlich Leistungen, um da irgendwie AI-Modelle bei sich zu Hause zu betreiben. Also das ist übrigens immer noch eine Geschichte mit AI, wo ich gespannt bin, wie sich das auch in der schlechten Marktphase auswirken wird, denn ich glaube, da geht das Wachstum trotzdem weiter und trotzdem würden diese Werte vermutlich auch darunter leiden. Ihr findet, Greed-Index geht auf Greed. Wenig verwunderlich. Wir gehen in eine gierige Richtung mit Allzeithochs und eben einem positiven Marktsentiment. Kein Wunder. Geldschirme aus China und anderen Ländern natürlich auch super. Da ist auf jeden Fall mal alles zusammengebraut. Wenn ihr für diese Marktphase noch Anbieter sucht oder ihr habt vielleicht Bock, ihr braucht ein neues Girokonto oder sowas. Ich bin ja ständig selber am Überlegen. Schreibt mir da auch gerne rein, wenn ihr einen Girokonto-Tipp habt. Ich sage jetzt auch nicht, was ich nutze, dann ist es vielleicht der Tipp von euch schon. Ich gucke auch immer mal wieder. Wenn ihr was sucht, ich probiere gerne aus, dann macht das gerne. Wir haben Vergleiche für allerlei Produkte im Finanzbereich, Kreditkarten und so weiter. Sucht da einfach für euch das Passende raus. Und wenn ihr auch Erfahrungen selber schon gesammelt habt, könnt ihr in unserem Anbieterportal die auch mit anderen teilen. Da helft ihr den anderen. Ihr helft euch, das nochmal für euch ein bisschen zu reflektieren. Und alle sind happy und ich bin besonders happy. So, jetzt kommen wir zu meinem Happy-Ausblick. Was passiert denn jetzt in meiner Abwesenheit? Ich komme am 11. Oktober für euch hier mit einem Video zurück. Ich bin zwar vorher schon wieder da, aber ich bleibe bei einem Freitagstermin. Wir haben die PCI-Daten gesehen. Wir kriegen nächste Woche Inflationsdaten aus Europa. Wir kriegen vor allem die Arbeitsmarktdaten. Leute, die werden wichtig. Denn die sind gerade der Hauptindikator oder der Hauptgrund für die FED. Der Fokus. Arbeitsmarkt, Wirtschaft, das soll jetzt stabilisiert werden beziehungsweise früh genug gestützt, damit es eben nicht zu einer Rezession, zu einem Soft Landing kommt und im besten Fall perfekt mit weiter Disinflation und nicht wieder auflammender Inflation. Wird spannend und da kriegen wir Daten. Und wenn die schlecht sind, dann wird es schlecht für uns. Und wenn die gut sind, wird es gut für uns. Und wenn die okay sind und normal, dann wird es uns auch gut gehen. Das heißt, wir sind nur auf der Loser-Karte unterwegs, sollte der Arbeitsmarkt hier weiter aufflammen. Damit würde auch eine stärkere Zinssenkung im November wieder wahrscheinlicher werden. Die Non-Farm-Payrolls rollen dann die Arbeitsmarkt oder runden die Arbeitsmarktdaten in den USA nächste Woche ab. Dann kriegen wir die Woche drauf. An einem Mittwoch die FMC Minutes und auch Inflationsdaten dann am Donnerstag. Ich werde euch am Freitag all das nochmal mundgerecht zusammenklamüsern. Und vielleicht sind wir schon ein bisschen schlauer und wissen schon wieder ein bisschen mehr, was in den kommenden Wochen uns noch erwarten könnte. Und Thema Arbeitsmarkt, vergesst nicht, auch das sieht in den USA nicht ganz so geil aus. Ist noch okay. Kann man alles dramatisch machen. Muss man nicht? Kann man. Ich würde sagen, aktuell ist es noch okay. Und deswegen sehe ich grundsätzlich den S&P weiter im Kampf um neue Hochs, aber nicht explosiv. Explosiv könnte nur dann sein, wenn was besonders Positives passiert. Wenn dann doch eben auch die Geldschwemme aus China Richtung USA schwappt oder eben nicht nur dafür sorgt, dass die ganzen Anleihen verkloppt werden. Dann, wenn wirklich einfach dieser Optimismus noch mehr in den Markt kommt. Und die Leute sind optimistisch, aber eben nicht explosiv. Und das ist für mich auch völlig okay. Korrekturen sind zu jeder Zeit möglich. Da sehe ich das Level von 5600 ungefähr nochmal als relevant. Und Zielanker, also auch diese Ebene, wo wir eigentlich relativ lange in der Seitwärtsphase waren, so bei 5620, 30 rum. Ich bin aber da wirklich optimistisch, auch für die nächste Woche. Trotzdem, Szenarien gibt es zwei. Up only oder auch mal runter. Nämlich dann, wenn wir wissen, geht es in eine Rezession oder nicht. Und ich hatte es ja im letzten Video gezeigt, wenn nicht gesehen, auf jeden Fall nochmal gucken, wann wissen wir eigentlich, wann eine Rezession da ist. Oft eh viel zu spät. Deswegen immer auch mit der Gegenwart und den Werten jetzt agieren und überlegen, was könnte das für die Zukunft bedeuten. Und der Aktienmarkt versucht das ja auch einzupreisen. Deswegen läuft er ja auch, weil er eigentlich erstmal optimistisch ist. Aber wenn es dann dreht, dann geht es eben schnell auch in eine andere Richtung. Ich bin erstmal noch hier im oberen Spiel dabei. Und wir nehmen die Reise mit, bis wohin sie dann geht. Das sehen wir dann. Und ich bleibe auch bei dieser Spekulation, die ich im August aufgestellt habe, für Bitcoin, aber auch für den Aktienmarkt. Wir sind auf dem Stand, dass wir jetzt ungefähr hier so sind. Ja, hier. Wenn ihr das jetzt seht, ja, ihr seht das. Bisschen, also auf jeden Fall optimistischer als vorher, über diesen Niveaus vorher. Gerade jetzt bei Bitcoin. Aber kann man auch auf dem Aktienmarkt für mich so ein bisschen münzen. Was wir brauchen ist dieser Renewed Optimism. Wirklich Optimismus. Der ist jetzt gerade noch so ein bisschen False Optimism, würde ich das mal nennen. So ein bisschen falsch. Der ist da, aber das ist noch nicht so richtig so, boah, geil, geil. Der kommt dann und wenn der kommt, dann geht das ganz schnell. Weil dann geht es nämlich in diesen FOMO-Bereich. Alle werden euphorisch. Geld ist da. Alles steigt. Alles läuft gut. Und irgendwann kommt dann der Hammer. Aber damit beschäftigen wir uns dann in den nächsten Videos, weil es ist noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, interagieren, kommentieren. Vielen, vielen Dank für den Support in den letzten Wochen und Monaten. Mir macht das hier mega Spaß. Ich hoffe euch auch. Lasst es gerne ausleben. Kostet euch nur wenig. Bringt mir extrem viel. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal dann in zwei Wochen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.